Mein Name ist Thomas Weimann. Ich bin Leiter Unternehmenskommunikation bei ETA. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Reference Talk zusammen mit unserem Kunden Sumitomo DEMAG. Das Ganze steht unter dem Motto maximale Maschinentransparenz durch intelligente Absicherung und Stromverteilung. Ich möchte Ihnen jetzt zuerst mal meine Gesprächspartner vorstellen. Da haben wir zum einen den Dr. Thorsten Thümen, den technischen Leiter von Sumitomo DEMAG. Dann den Jan Taufer, Projektleiter Condition Monitoring bei Sumitomo DEMAG und meinen Kollegen Tobias Brehm, seines Zeichens Business Development Manager. Die digitale Transformation im Sinne von Industrie 4.0 schreitet immer weiter voran. Dabei geht es darum, Strategien für Condition Monitoring zu entwickeln und damit langfristig die Maschinenverfügbarkeit zu steigern. Heute sprechen wir über eine Spritzgussmaschine von Sumitomo DEMAG, einen sehr konkreten Anwendungsfall. Und da wollen wir jetzt schauen, wie wir mit unserem REX-System den Anwender durch intelligente Absicherung und Stromverteilung unterstützen können. Ja, fangen wir doch einfach mal damit an, Herr Dr. Thümen, dass Sie Sumitomo DEMAG ein bisschen vorstellen. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Ja, Sumitomo DEMAG, wie schon erwähnt, ist ein Hersteller von Spritzgießmaschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen. Wir produzieren weltweit an vier Standorten, also zwei in Deutschland, in Tokio, in Japan und eben in China, in Shanghai. Klarer Fokus bei uns ist natürlich, energiesparsame Maschinen zu produzieren und hoch verfügbare Maschinen zu produzieren. Also das heißt, wir fokussieren uns auf energiesparsame Antriebstechnologien, also vollelektrische Maschinen oder hybride Technologien. Und natürlich suchen wir nach Systemen, wie wir unsere Maschinen, sage ich mal, digital abbilden können und auch die Verfügbarkeit oder den Zugstand der Maschine klarer zu zeigen. Vielen Dank, Herr Dr. Thümen. Herr Taufer, mich würde jetzt interessieren, mit welchen Anforderungen Sie auf ETA zugekommen sind. Welche Herausforderungen gab es dabei zu lösen? Ja, also die Grundaufgabe war es, eine Überwachung und Schutzfunktion für unsere 24-Volt-Verbraucher zur Verfügung zu stellen, das heißt die Steuerungskomponenten und die Stellglieder. Und dazu muss man wissen, dass wir ausgehend von unserer Standardmaschine diese eigentlich immer erweitern um Zusatzeinrichtungen und ganz kundenspezifische Sonderlösungen. Somit war für uns natürlich die Flexibilität eines solchen Systems und ein modularer Aufbau für die Projektierung sehr wichtig. Wir wollten darüber hinaus ein platzsparendes, kompaktes System einsetzen. Man sieht es ja dann auch, es ist wirklich sehr kompakt gehalten, hilft den Footprint zu reduzieren der Maschine und es ist wirklich schnell in Betrieb genommen. Wir wollten darüber hinaus zusätzlich zu diesen ganzen grundlegenden Anforderungen ein Condition Monitoring System als Option aufsetzen, das uns die Möglichkeit bietet, mit der Maschine zu kommunizieren, also mit unserer SPS zu kommunizieren. Hier haben wir uns für den Standard IO-Link entschieden. Der überträgt uns den Zustand der Sicherung, also beispielsweise den Gutfall, der hoffentlich oft vorliegt. Natürlich auch den Fehlerfall, wie beispielsweise einen Kurzschluss oder einen Überstrom. Und wir bekommen zusätzlich die physikalischen Zustandsgrößen wie den Iststromverlauf, sodass wir hier eine Trendanalyse durchführen können. Und somit kann unser Kunde wiederum frühzeitig reagieren, wird direkt auf die Fehlerursache gestoßen und kann dadurch seine Wieder-in-Betrieb-nahme-Zeit erheblich verkürzen. Ja, das waren jetzt viele Anforderungen. Warum haben Sie sich dann genau für ETA entschieden? Wir haben uns für das REC-System gemeinsam mit dem Herrn Brehm entschieden, weil in unseren Augen ETA hier diese ganzen Anforderungen einwandfrei umgesetzt hat. Das Produkt ist wirklich sehr innovativ und trotzdem zuverlässig. Und wir als Sumitomo D-Mark haben damit die Möglichkeit, unserem Kunden ein wirklich maßgeschneidertes Paket anzubieten, sozusagen von Standard bis Intelligent. Klingt gut. Jetzt ist das natürlich so eine Zusammenarbeit auch immer eine Frage von Zuverlässigkeit, von Vertrauen. Wie lange arbeiten denn ETA und Sumitomo D-Mark schon zusammen, Herr Dr. Thümen? Oh, schon sehr lange. Auch wenn es die ersten Jahrzehnte vielleicht halt ein wenig indirekt waren, weil ETA war halt eben ein integrativer oder integraler Bestandteil von Komponenten von unserem Steuerungslieferanten. Wo man früher ja versucht hat, eben alles zu kombinieren, sind wir heute eben einen Schritt weiter, sage ich mal, und versuchen eher, alles wieder zu modularisieren, um halt eben diese kundenspezifischen Anpassungen ermöglichen zu können. Und insofern war es natürlich ein konsequenter Schritt, wenn wir schon gute Erfahrungen mit Ihnen hatten als verbaute Komponenten, halt auch dann im getrennten, modularen System halt wieder auf Ihre bewährte Technik zurückzugreifen. Und soweit sind wir äußerst zufrieden und können das nur empfehlen. Das freut uns natürlich sehr. Wir haben jetzt schon mehrfach so diese Stichwörter gehabt, Industrie 4.0, Condition Monitoring. Was bringt denn das für Ihre Kunden an Mehrwert? Condition Monitoring oder überhaupt das Thema Digitalisierung treibt uns alle, denke ich, sehr stark um. Wir arbeiten gerade daran, unsere Maschine so transparent in Summe hinzubekommen und einen sozusagen einen digitalen Datenzwilling zu erzeugen. Weil die nächste Ausgangsstufe ist dann eben auch unsere KI-Methodiken, die wir gerade entwickeln, um halt aus diesen Daten Muster zu erkennen und dem Kunden halt eben auch darauf hinzuweisen, dass in absehbarer Zukunft vielleicht ein Thema auf ihn zukommt, sodass er Wartung planen, vorausplanen kann und halt eben nicht überrascht wird von Ausfällen und somit halt eben die Maschinenverfügbarkeit deutlich verbessert wird. Wow, sehr spannend. Ja, dankeschön. Ja, wir haben jetzt viel über die Anwendung gehört. Jetzt geht es nochmal ein Stück weit um das Produkt selbst. Tobias, vielleicht kannst du uns da noch ein paar zusätzliche Infos geben. Na, sehr gerne. Die Lösung, die wir gemeinsam ausgewählt haben, ist das REC-System. Das haben wir gerade schon gehört. Das ist ein System für DC24-Walt-Absicherung, Stromverteilung und das Thema Condition Monitoring, haben wir ja gerade auch schon gehört, ist sehr wichtig dabei, das ist umsetzbar mit dem System. Das System besteht aus Einspeisemodulen, die nehmen zum Beispiel die Spannung eines Schaltnetzteils auf. Sie besteht aus Controlplex-Controllern, der Kommunikation, wie gerade schon gehört, ist es IO-Link. Das System besteht weiter aus Überstromschutzgeräten. Die Überstromschutzgeräte, die wir hier einsetzen, sind feste Stromstärken, weil wir hier einen stabilen Ansatz verfahren wollten, im Punkto nicht manipulierbar. Und dann ist optional eine Möglichkeit da, die Stromverteilung zu erweitern. Vereint und kombiniert kommt die maßgeschneiderte Kundenlösung raus, die jetzt bei Sumitomodemag in den Maschinen mit dabei ist. Das ist das REC-System im Groben beschrieben. Wow. Klingt gut. Danke, Tobias. Dann darf ich jetzt noch ein paar abschließende Worte sagen zu ETA, um ETA noch näher vorzustellen. Wir sind Überstromschutz und wir schützen Leben und Werte. Unter diesem Motto sind wir in über 62 Ländern mit mehr als 1300 Mitarbeitenden weltweit tätig. Wir sind Weltmarktführer im Bereich Geräteschutzschalter und Sicherungsautomaten und bieten da die größte Palette weltweit von der Einzelkomponente zum kompletten System. Insofern bedanke ich mich jetzt sehr herzlich bei meinen Gesprächspartnern und bei Ihnen fürs Zusehen.